Leute, mein Partner Krotus Computer. Ich habe ja einen PC an die Community an ihn verlosen können und der hat mir auch meinen Gaming Rechner für zu Hause gestellt. War mein allerster Partner, den ich hatte. Partnerschaft endet jetzt. Nichtsdestotrotz sind die Computer-Klasse, die da hergestellt werden. Und der Support ist nice. Generell sympathisch und ich war sehr, sehr zufrieden. Checkt den doch mal aus und dann viel Spaß beim Video. Also war dann richtig, aber irgendwie lasst uns auch ein bisschen, dass wir uns vorher einigen. Also cool. So, es wird einfach getötet. Scheiß drauf. Ich fick die jetzt alle. Oh, es sind beide? Oh, die beiden sind es. Ja. Ich halte mich immer in der Nähe von mindestens eigentlich zwei Leuten auf und wenn es natürlich beides die Impostor sind, die beide gerade zusammen ihre Benzintasks faken, was soll ich dann machen, Leute? Schauen wir schön wieder Lichter aus und jetzt wird einfach weiter getötet. Max hat gerade... Max hat gerade... Max hat gerade im Admin... Max hat gerade im Admin Chef umgebracht, weil Max gerade aus dem Event kam und Chef hat es gesehen, Chef und ich habe es gesehen, aber Max hat mich nicht gesehen und Chef ist nach oben zum Button gelaufen. Ich war mit Mia unten im Specimen. Ich kann gar keinen Kill gemacht haben. Du hast ihn vor dem Button weggemacht. Du hast ihn vor dem Button weggemacht. Es waren schon zwei Tod vorher, Kollege. Es waren schon zwei Tod vorher. Und das war jetzt der dritte Kill und ich kann keinen Kill gemacht haben vorher die Runde. Also musstest du sein Bad. Tu mir echt leid. Ähm, Mia, Mia... Warte mal, Max... Mia, wie lange warst du mit Max vor unterwegs? Ähm... Er ist... Er ist schon... Vor mir rausgekommen. Ich bin vor ihm rein. Ich bin vor ihm rein. Ich bin vor ihm rein. Genau, er war vor uns drin. Wir sind runter. Max hat Chef direkt vor dem Button weggemacht. Ja. Ich hab dich wenden sehen, Bart. Du kannst jetzt gerne versuchen das umzudrehen, aber es ist halt falsch. Hä? Das passt auch rein. Ich komm grad aufs Bestes mit raus. Ich hab grad aufs Bestes mit raus. Bart wendet links. Und ist Richtung Button gelaufen und hätte ihn davor getötet und ich bin hinter Chef reingehört. Er wollte mich fehlen natürlich, aber er hat halt daneben gefehlt, Bart. Ich war in der Cam, ich war in der Cam und hab Bart. Also irgendwer übersteuert brutal. Also irgendwer übersteuert unendlich gerade. Übersteuer ich? Hallo? Hallo? Ja, ja, definitiv du. Ich mir. Aber als du lauter geworden bist, hat man nur noch Knacken gehört. Ah, lol. Also ich war in den Cam und ich hab Bart. Ah, hi, ho. Sie haben uns gar nicht mehr gehört. Ja, was geht, Alter? Was geht? Du, also ich will dich jetzt nicht in die Scheiße reiten, aber jetzt beim ersten Wiedersehen so. Bart und Chef hab ich im Office auf der Cam gesehen. Wir sind beide reingelaufen, ja. Die dritte Person hab ich nicht gesehen, ich hab dann nur gesehen, dass einer umgefallen ist. Das war ich. Ich kam wie gesagt, ich kam unten grad aus Bestes mit raus. Du bist umgefallen? Genau. Bart kam links aus dem Bench. Aber das passt, weil, ich weiß nicht, eigentlich hättest du sehen müssen, dass Max links aus dem Bench ist. Also ich flipp hier keinen bei sieben. Er kam von links. Pass auf, nochmal. Ich kann's dir gerne sagen. Also, ich kam zusammen mit Chef von links rein. Und Chef ist als erstes reingelaufen. Riot, Max kam von links und Chef ist ins denn an den Button gelaufen. Und Max hat dann... Ey, können wir, können die Crewmates bitte skippen, damit wir hier nicht 50-50 bei... Nein, Max ist im Poster. Wir können 50-50. Wir können 50-50. Wir können 50-50. Also das passt, jetzt halte ich das ja rein. In Wend müsst ihr ja rein und dann wieder genau aus dem gleichen raus. Ich glaube, er wollte einfach wenden als Licht aus warm, weil das Licht wieder angegangen ist, ist ja rausgekommen. Oh je, Bart. Das ist eine sehr, sehr schnelle Imposter-Runde. Machen wir Lights aus, damit... Wer klang ehrlich gerade? Also Bart klang schon mega, mega... Mega ehrlich. Dass die Sau mich hier jetzt weg macht, ne? Das holt mich gar nicht ab. Können wir bitte Max kicken? Bei jetzt haben wir das Problem, wenn wir jetzt den falschen voten, haben wir verkauft. Gerade Double Kill. Bart hat gerade vorgeschlagen, bei 7 einfach beide zu kicken. Und Bart hat mehr als 3 Spielstunden und weiß... Nochmal, wir hätten eben mich flippen sollen und dann Max nehmen sollen. Nein, da hätten wir verloren gehabt. Ich würde jetzt trotzdem Bart voten. Ich habe jetzt auch Bart gewartet. Bart, warum hätten wir verloren? Weil einfach Reaktor gecallt wird und dann wird ein Double Kill gemacht. Nee, aber ich habe gesagt, wir hätten erst mich kicken sollen und dann dich. Ist völlig irrelevant. Okay, können wir... Nee, du weißt nur, du weißt nur, dass wir dann verloren hätten, weil du Imposter bist. Das Ding ist, Max hat... Ich denke, Max hat da einen geilen Riecher. Ich vertraue da auf Max tatsächlich. Max ist vor meinen... Oh mein Gott. Vor meinen Augen. Kann Tim bitte nochmal... Wenn du die Geschichte umdrehst, ändert das nichts an den Tatsachen. Du wurdest vorhin auf der Cam enttappt. Es wurde gesagt, du wo kamst von links rein. Tim hat doch gesehen... Ihr wiederholt euch die ganze Zeit. Tim, kannst du bitte nochmal sagen, was du auf der Cam gesehen hast? Also, als ich Cam geschaut habe, habe ich Bart gesehen und Chef und... Wir sind reingelaufen. In der oberen Ecke von Office. Ähm, unten links bei Office eigentlich. Genau, wir sind beide reingelaufen. Max sagt die ganze Zeit, ich bin gewendet. Ich kann gar nicht gewendet haben, wenn wir reingelaufen sind. Es ist halt direkt einer umgefallen danach, aber ich kann halt nicht sagen... Und Max hat den Kill... Also, ich glaube, Bart hat den Kill gemacht. Max? Wie? Der Kill liegt am Button. Du kannst den Kill nicht... Die einzige Möglichkeit ist natürlich, dass wir beide die Imposter sind. Gerade übrigens war ich kurz Vitals mit Max und Vlesk. Dann bin ich runter zu Admin gegangen. Ich verstehe nicht, warum... Und ich habe zwei Leute bei Vitals gesehen und dann war nur noch einer und dann wurde reported. Also, es könnte auf jeden Fall ein Kill von Max sein. Was Max kann Vlesk umgebracht haben, ist die richtige Info jetzt, oder was? Ich würde gern mein Vort zurückziehen. Kann man den Vort noch zurückziehen? Nein, kann man nicht. Mia, ganz kurz für dich. Nee, ich bin noch falsch. Also, ich verstehe nicht, warum Romatra mich votet. Aber der Kill... Ich war abgeholt vor dem, was Tim gesagt hat. Der Kill liegt vor dem Button. Er hat vor dem Button gekillt. Ich glaube, da kann die Cam gar nicht hingucken. Du hast gekillt, weil ich dich gesehen habe. Also, entweder ist es Bart und Max hat den Kill vor meinen Augen gemacht. Ich glaube, Tim, wenn Tim und Max beide im Poster wären, hätte Tim einfach das Gleiche gesagt wie Max und gesagt, dass er nicht wenden sieht. Oh Gott, Freude. Alter, ich habe einfach Bart gevoutet und wir gewinnen trotzdem. Mit dem Rechtsrausgehen. Ja, Max. Ich... Fuck. Ich habe gedacht, ich verwirre noch ein bisschen. Du hast das wirklich saustark gespielt. Ich habe dich wenden sehen. Willst du warten? Hast du das nicht ausgemacht? Das habe ich ausgemacht. Ich habe es ausgemacht. Ich habe es ausgemacht. Ich habe es ausgemacht. Ich habe es ausgemacht. Ich war es ausgemacht. Ich habe es ausgemacht. Ich muss nichts ausgemacht. Und das ist so. Ich muss es ausgemacht. Das ist so. Bis zum nächsten Mal.